Musik Mein Freund Dumbo ist einzigartig. Er ist ein kleiner Oktopus, der winzige Elefantenohren hat. Er lebt ganz klein und allein im Meer und er besteht aus Marshmallow. Kürzlich hat er sich bei mir beschwert, wie schwierig es sei, als kleiner Marshmallow-Oktopus mit Elefantenohren einen Job zu finden. Ich habe ihm gesagt, dass das nur an seiner Einzigartigkeit lege. Er solle doch mal kreativ werden und überlegen, was nur er könne und kein anderer. Er wurde ganz nachdenklich, bedankte sich dann bei mir. Heute kam er freudenstrahlend wieder und erzählte mir, er habe nun endlich seine Berufung gefunden. Man kann ihn für Partys engagieren, als Abenteuer-Hüpfburg für Sandkörner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Amen. Amen.